Dann können wir da hinten reingehen, wo ich schon den Grafikfehler sah. Also ich sag mal so, ich seh keinen Grafikfehler, ich seh gerade Wand. Wenn ich jetzt die Waffen wegschlecke, haben wir ein wunderschönes, wieder ein wunderschönes, was ist das für ein Spielbild? Ich muss zwei Schalter offensichtlich betätigen. Ich musste mehr als zwei Schalter offensichtlich betätigen, denn jetzt bin ich tot. Warte mal eben ganz kurz. Ja. So. Okay, nein. Also ich sag's mal so, bei einem Bild werden links ein paar Pixel fehlen und rechts habe ich dafür viele schwarze Pixel. Oh. Möchtest du das nochmal korrigieren, oder? Kann ich das denn während die Aufnahme läuft korrigieren? Du kannst das Fenster verschieben, klar. Das habe ich auch schon gemacht. Ah, klar, es klappt. Gut. Jetzt habe ich keine schiefen Sachen mehr. Hoffen wir, dass wieder alles richtig aussieht und entschuldigen wir uns für diese wahrscheinlich eine Folge. Hu, 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 hu. Nochmal. Lara. Lara. Da wollen wir nicht runter, oder? Ich befürchte doch. Wissen wir, auf welcher Seite wir runter... Lara, ich wäre sehr froh, wenn ich mal durch deinen Brustkorb durchgucken kann. Ach, Lara, weißt du was? Im schlimmsten Fall sterben wir. Ja, darauf muss man auch erst mal kommen. Lara. Lara. Ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich sterben, wenn du den Trick des Raums nicht rausfindest. Lara! Also ich habe zwei Hebel gefunden. Es gibt drei. Das ist gut. Ich habe schon versaut, den zweiten zu ziehen, insofern. Ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich auch nicht genug Zeit haben, den dritten zu ziehen. Aber das sah mir so komisch aus, deshalb habe ich mal einfach den einen Block aus der Wand rausgezogen, der jetzt die Stacheln von der Decke abhält. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, ich habe gerade erst gespeichert. Also, häp und... So ist brav, Lara. Speichern wir, dass wir hier unten angekommen sind. Lara, zieh den Hebel. Zieh dann den Hebel. Jetzt zieht sie auch die Hebel viel williger. Ich will nicht! Ich könnte sterben, also will ich diese Hebel nicht ziehen. Ich will nicht darüber laufen, diesen Hebel ziehen. Nein, nein, nein! Lara, wir speichern das. Richtig. Oh. Jetzt entschuldige ich mich dafür, dass ich wahrscheinlich meine Aufnahmen im Bild hatte. Ich weiß es nicht. Könnte aber sein. Also nicht wundern. Lara, ich hoffe für dich, dass du die schnellste Frau der Welt bist. Ist sie nicht. Ist sie wirklich nicht und ich wusste nicht, dass das passieren würde. Was zur Hölle, Spiel? Ein ganz ernsthaft gemeintes Was zur Hölle? Ich bin mir nicht sicher, ob mich dieses Medipack, was ich da auf dem Boden liegensee, mich ködern soll. Nein, das soll dich nicht ködern. Das ist nett. Das heißt, erst das, was danach passiert, ködert mich. Es ködert dich gar nichts und ich bin wieder tot. Du siehst genau, was dich umbringen soll. Ja. Ich überlege nur gerade, wann er mich umbringt. Ab dem Moment, wo du den Schalter darunter ziehst, du ein Stück gelaufen bist. Ah, okay. Dann, Lara, heben wir erst das Medipack auf. Nein, Lara, nicht schießen. Das Medipack aufheben. Ich weiß, ich habe dir wieder die falsche Tastenkombination vorgegeben, aber... Lara, warum bleibst du denn stehen? Ich habe mich noch nicht weit genug gedreht und du hast auf Sprinten gedrückt. Ich muss stehen bleiben. Okay, den Pistall habe ich auch nicht gekriegt. Okay, ich habe ihn doch noch bekommen. Viel Mühe und Not. Ups. Ah, da war der Ups tot. Ja. Darum, weiter geht es überrollen. Natürlich steht nach der Passage wieder so ein Typ mit einem Blas vor. Ach nein, drei. Ist ja nicht so, als wären die total nervig. No. Lara, speichern wir, dass wir es nicht mehr rückgängig machen können, dass wir gleich sterben werden. Weißt du was, Lara? Ähm. Ich lade das noch. Ich lade den Spielstand von davor nochmal. Und bring die Typ um, bevor ich den Kristall hole. Setzen wir drei Gegner vor die Nase, die sie beim Fernkampf vergiften können. Ha, 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 ha. Voll lustig. Lara, wir sind nicht sonderlich guter drin. Lara kann schweben. Ich dachte, ich sag's mal. Lara, wir sollten schon auf dem festen Boden bleiben. Das ist hilfreich, habe ich mir sagen lassen. Und weh. Was war ich jetzt? Jetzt bin ich natürlich total durch den Schweigekristall durchgerannt, aber gut, das müssen wir ja so sterben. Ja gut, ich bin vergilztet. Ich werde gleich ein kleines Meditek brauchen, ihr Drecksnervgegner. Lara, wir waren fast gut. Oh, ist das eine kleine Meditek, das wir schon haben. Wir haben jetzt schon mal drei bis drei Meter weiter geschafft als vorher. Bin ich wieder am Anfang des Levels angekommen? Ich weiß nicht, irgendwo darfst du auf mich warten. Ich renne noch vor der Kugel weg. Ich glaube, ich bin tatsächlich am Anfang des Levels wieder rausgekommen. Also, ich stehe da, wo ich die drei Typen besiegt habe. Lara! Ach, ist ja nett von euch, dass einer von euch wenigstens das eine kleine Meditek, das ich wegen euch benutzen musste, wieder fallen lässt. Lara, so mit der Richtung und so, das kriegen wir noch nicht ganz so hin, habe ich das Gefühl. Ich gehe mal kurz eruieren, ob wir wirklich da sind, wo ich glaube. Hm, Lara, normal laufen funktioniert nicht. Wir müssen tatsächlich sprinten. Und da hier einer rumliegt, den ich schon mal ermordet habe, ja, wir sind wieder am Anfang des Levels. Ja, prima, dann kannst du da ja auf mich warten. Genau. Ich wollte ja nur wissen, ob ich wirklich am Anfang des Levels bin. Also, wie gesagt, da, wo die drei Typen sterben mussten. Die Kugel rollt dir in den Rücken, schmeißt dich auf festen Boden und du stirbst. Wir waren so gut. Ich, ich kriege das irgendwann hin. Ja, ja. Betonung auf irgend. Ich dachte, Betonung auf wann. Oder hin. Irgendwann kriegen wir das hin. Irgendwann kriegen wir das hin. So gut. Ich bin ohnehin schon vergiftet, dann kann ich dich jetzt auch töten. Also hast du es geschafft. Ach, Lara. Irgendwann kriegen wir das hin. 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 Wo ist der hin? Jetzt nehmen wir ein kleines Medipack. Sie hörten einen klassischen Fall von gestörter Kommunikation. Wann kommunizieren wir denn schon mal vernünftig? Wir kommunizieren häufiger vernünftig. Heute Nachmittag zum Beispiel haben wir sehr vernünftig im Saturn miteinander... Obwohl war das vernünftig. So. Sind die Menschen tot? Ja. Und ich speichere noch eben, dass die Menschen tot sind. Das ist ein guter Plan. Dann können wir nämlich gleich die neu auf die geöffnete Tür nehmen. Wo der erste rausgestürmt kam. Der kam doch nicht rausgestürmt. Der kam bei mir so ganz langsam um die Ecke schlachandert. Weiß ich nicht. Bei mir ist Lara gerannt. Also müssen alle anderen auch gestürmt sein. Ja, ich wäre soweit. Okay. Ich wäre auch soweit. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns in Loch Nummer weiß Gott wieder erwartet. Nein, bevor ich da runterrutsche, speichere ich wieder diese vier Meter. Bossgegner? Wo bist du? Das sieht mir viel zu verdächtig nach, was aus, wo mich wer töten will. Ups. Äh. Lara, wir sind... Lara. Also das war jetzt unschön. Die Wände bauen sich komisch auf, aber ist gut. Ich bin an der Plattform vorbeigerutscht. Wie geht das denn? Seitlich. Am ewigen nichts. Ja, ich bin schießend auf diesen Thron, der sich umdreht, zugerannt. Thron, der sich umdreht? Ja. Der dreht sich nicht. Ich bin drauf zugestürmt. Lara zielt auch direkt drauf. Aha, jetzt dreht er sich um, wenn ich knapp davor stehe. Ja, siehste, und als er sich umdrehte, bin ich drauf zugesprungen. Dementsprechend wurde ich dann über den Rand hinaus gewedelt. Ich bin erstmal drauf zugegangen, nachdem ich die Medi-Packs im Raum eingesammelt hab. Ja, das ist auch ne schöne Sache. Und dann suchen wir ihm einen Namen aus. Also, wie möchten wir ihn denn nennen? Ähm, wir nennen ihn natürlich, ähm, nach dem Wort, das ich jetzt aussuchen werde, mit der gut bewährten Methode Stopp. Ja? Links. Wie heißt der? Forte Piano. Forte Piano, komm her und schmecke meinen Zorn. Forte Piano. Hallo, Forte Piano? Lara! Ich sag mal so, wir sollten uns nicht treffen lassen. Forte Piano hat mich geblitzt, dingst. Es tat mir nicht gut. Vor allem tötet einen das auf Anhieb. Richtig. Was zur Hölle, Forte Piano? Ähm, Lara, du solltest eigentlich ein Rückwärtssalto machen. Lara, jetzt hat er dich im Rückwärts-Wegrennen geblitzt, dingst. Ja, der hat ja ne ziemliche Reichweite, der Typ. So schnell komme ich da doch nicht weg. Ich fang mich auf, wie wir das machen sollen. Gut, Lara, dann. Ganz ehrlich, ich hab's jetzt geschafft, fast bis zum Ausgang zu rennen. Da hat er mich erwischt. Ähm. Gibt's hier bestimmt Trick. Je noch kenne ich den nicht. Forte Piano muss sterben. Na gut, fallen wir einfach mal runter ins Nichts, Lara. Wenigstens hab ich die Fackel mitgenommen. Das Licht ist nicht ganz so dunkel. Ich bin einfach mal runtergerutscht ins Nichts und hab ne Fackel angezündet, um zu sehen, was da unten ist. Achso. Ja gut, also in dieses Nichts bin ich auch schon gerannt. Okay. Ähm. Ich hab ihn, glaub ich, wenigstens mal kurz verletzt. Aha. Ja, ich glaube. Zumindest macht er ja Uba, Uba. Oh, das ist schon ein großer Vorteil. Bei mir macht er nicht, Uba, Uba. Nein, okay, 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 okay. Ich muss unser Freund, ich muss unser Freund. Nein. Genau, die wollte ich ab. So langsam könnte ich, glaub ich, nen Rhythmus entwickeln. Ähm, Lara, jetzt musst du nur noch um meine Befehle reagieren. Hm, also das hat so nicht funktioniert. Lara, deine Füße blitzen. Das sind auch nur durch die einzigen Dinger, die ich von dir sehe. Hey, unfair, du kannst dich da einziehen, wo ich aufkomme. So, ich hab wieder meine normale Springen, Schießen, Sonstwas, Attacke. Technik. Und ich bin vergiftet. Vergiften kann der auch noch? Nein, er hat ein Viech gerufen. Eine Echse, eine Malonsäure. Unfair. Richtig, unfair. Ach, komm schon. Ach, Lara, du solltest seitlich springen. Unfairer, dreckiger Mistkerl. Lara, jetzt blitzt Dings da nicht so rum. Lass uns neu laden. Ich mein, ich muss dich doch auf die blöde Malonsäure. In dem Moment schießt er nicht auf dich. Ja, aber in dem Moment, wo ich mich ganz klar so gut drehe, da schießt er. Ja. Lara, Bewegung. Ja, und in dem Moment, wo ich mich umdrehe, kann ich mich natürlich nicht springen und dann ist Lara wieder tot. Das ist kein nettes Design für einen Gegner. Lara, warum springst du nicht? Lara, 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 du sollst seitlich springen. Vor allem, ich hab diesmal das geschafft, dass sie direkt ihn wieder vernünftig anguckt und sagt, seitwärts Salto. Dreh. Aber, es geht hinunter als unendliche Nichts. Da war das unendliche Nichts zu Ende. Ich möchte neu laden. Ist das in Ordnung? Du darfst gerne immer neu laden, wenn du willst. Das Spiel wollte nicht, so wie ich wollte. Okay, okay. Was rufst du diesmal? Die zweite Malonsäure? Ja, die zweite Malonsäure habe ich auch schon gesehen. Oh, Lara, das war wieder äußerst gut. Das ist das Ende. Hä? Lara, wie das? Du kannst doch nicht, wenn ich immer nur seitwärts Salto mache, beim fünften Seitwärts Salto plötzlich in den Abgrund fallen. Doch. Ich meine, Lara macht bei meinem Seitwärts Salto auch Vorhärtssprünge insofern. Nee, ich bin immer nur seitwärts, seitwärts, seitwärts. Und was macht sie? Fällt in den Abgrund beim fünften. Okay, diesmal muss ich mich erst hinstellen. Töten, Schritt nach vorne gehen. Lara, nicht nach vorne! Lara. Ich drück den Joystick zur verdammten Seite. Lara. Wir bräuchten einen größeren Kampfboden. Sehe ich das richtig? Oh, nein! Das ist doch nicht fair! Lara! Du bist schon wieder ins Nichts gesprungen. Hey, aber eins weiß ich, bei diesem Bosskampf werde ich nicht viele Medi-Packs benutzen. Nee. Es sei denn, der Stürmerkrieg vergiftet mich. Wenn das ist so wie bei Teil 4, dass man irgendwann dann so einen wabernden Bildschirm hat. Ach, Lara, nicht nur nach oben! Jetzt springt die in Richtung, wie sie Bock hat und wird getroffen deswegen. Was? nehm? Dann springen. Rückkehr. Sidebär. Also vorwärts, rückwärts, zeitwärts, ran. So, die zweite Malonsäure. Och, Lacher! Das war die erste Malonsäure. Jetzt holt der Siegle dritte Malonsäure hin. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Er ist explodiert! Nach drei Malonsäuren? Ja. Das wird gespeichert. Ich hab den Level beendet. Lara, der nicht. Ach, Lara. Das ist definitiv der Abgrund. Ich glaub, das wird meine beste Trefferquote seit langem. Meine bestimmt nicht. Ich sag mal so, wir haben keinen Kilometer zurückgelegt. Bin ich mir bei mir nicht sicher. Ich hab eine Trefferquote von 93,6 Prozent. Ups. Lara, das ging über die Plattform hinaus. Ich weiß bloß, nein, ich wollte nicht die Statistik. Ich möchte das Spiel laden. So ist richtig. Wir müssen ja nicht ewig und drei Tage darauf warten, dass es bei mir in der BING Lade, 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 Lade macht. Richtig. So ist wahr. Wenn man's verhindern kann, kann man's verhindern. Der Gegner hat mir Kopfschmerzen gemacht. Das ist nicht gut. Nein, nein, aber ich kann mich wieder erholen davon. Indem ich die Augen schließe, deiner sanften Stimme und dem wunderschönen Ping, 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 Ping lausche. Lara! Das ist ein Zustand der Vergiftung. Ich, Lara, ist bestimmt ganz freiwillig und ohne mein Zutun da reingesprungen. Garantiert. Ich war's überhaupt nicht schuld. Das glaube ich dir sogar, da meine Lara ja auch hingesprungen ist, wo sie wollte. Lara, jetzt müssen wir nur noch lernen, tatsächlich die richtigen Knöpfe zu treffen. Und auch die richtigen Felder zu treffen. Denn sonst dreht er sich nicht um und dann können wir nicht rumspringen und dann bringt das uns alles überhaupt nichts. Und bla und blie und blub. Wenigstens bin ich in dem Versuch gestorben, wo ich eine meiner verbleibenden beiden Raketen von hinten auf den Thron geschossen habe, damit ich... Und in der Hoffnung, dass er dann explodiert. Ach, du bist mit dem Raketenwerfer da dran gegangen? In einem Versuch habe ich mal versucht, ihn von hinten zu sprengen. Ich vermute, das hat nicht ganz geklappt. Nee, im Endeffekt bin ich mit Hin- und Herspringen und der MP5 zum Ziel gekommen. Ja gut, ich glaube die MP5. Mal probieren, was mit der MP5. Vielleicht sind dann auch hier Malonsäuren schneller hinüber. Oh ja. Gut, dass du jetzt erst die MP5 nimmst. Das wäre wahrscheinlich in der Audiospur sehr interessant, wenn zwei Mann gleichzeitig mit der MP5 schießen. Lara, 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 Lara. Ja, Lara, 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 Lara Was ein Geheimnis war? Es gab Geheimnisse? Eins. Hast du das gefunden? Nö. Ich sehe nur gerade auf meinem Bildschirm gefundenes Siegheiz 0 von 1. Oh. Lara! Ach, das war die Waffe-Wegstecken-Taste. Ja gut. Da kannst du natürlich nicht schießen. Ja, aber damit dürften wir ja dieses Gebiet fertig haben. Ja. Lara wird sich bestimmt wieder umziehen. Und wieder irgendwo in unpassender Kleidung rumlaufen. Ach, Lara. Das war ein Sprung zu weit rückwärts. Dabei war das doch schon die dritte Malonsäure. Dieser Moment der Stille wird mittendrin dieses... Ah, Lara. Lara! Hilf Lara! Es tut mir leid, aber seitdem ich Teil 4 hier gespielt habe, kriege ich Werder von Kroy nicht mehr aus dem Kopf. Und du betonst das so ähnlich wie er. Lara! Ja, ich bin ohnehin schon vergiftet. Kämpfe ist vergiftet zu Ende. Ja, ich bin ohnehin schon. Ja. 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 Wo auch immer du 2 mehr hattest. Ich frage mich, wie wir in diesem Level überhaupt auf 13 kommen. Gut, meine Trefferquote ist nicht ganz so gut. Wie hoch ist deine Trefferquote? Ich habe 493 mal getroffen. Du hast deutlich mehr getroffen als ich. Und habe 606 Schuss verbraucht. Damit kommst du auf eine Trefferquote von immerhin 81,3%. Joach, gut. Ich bin unter einem Kilometer gelaufen. 843 Meter waren es bei mir. Na gut, ich bin ein bisschen durch die Gegend geduselt. Ich habe 959 Meter. Und ich habe 0,5 Medipacks benutzt. Habe ich auch. Ha, wir sind mal gleich gut in der Kategorie. Juhu! Raus hier. Und wohin wollen wir ab jetzt? Wir haben noch Nevada, London oder Nevada oder London. London. Warte. Diesmal funktioniert das mit dem Münzewerfen vielleicht, wenn ich eine Münze habe. Notfalls habe ich einen sechsseitigen Würfel. Aber finde du mal eine Münze. Warte, warte, warte. Hier ist irgendwo eine Spardose. Oh, es klimpert. Da sind sogar Münzen drin. Sie hören das Klimpern von Münzen. Mit dem Kai nun unsere Ausführung vornehmen wird, in welches Englischsprachgebiet wir reisen. Reisen wir in schöner Amerika oder ist noch schönere London? Zahl London, Kopf Nevada. Bin ich für. Münzen weg. Ich nehme die nächste. Kai wird nun den Münzen wiederholen. Und das Ergebnis ist... Kopf. Was war Kopf? Nevada. Dann gehen wir nach Nevada. Sekunde, jetzt muss ich erst noch die Münzen wieder wegräumen. Jaja, ich drücke auch noch nicht. Wir können gemeinsam auf drei oder so Nevada drücken. Gut, meine fünf Cent werden mir irgendwann schon wieder in die Hände fallen. Wie ich gerade verloren habe. Eben, so ein Zimmer verliert nichts. Richtig. Bei mir geht das nur in eine Paralleldimension, wo es dann an ganz anderen Orten rauskommt. Es ist echt verrückt. Ja.